Herzlich Willkommen zur weiteren Vorkaufskarte auf den Marsch. Wir machen noch einen neuen Test, der Stall ist auch nicht befriedigend, also die Kühe werden hier bald sterben. Deswegen sage ich mir jetzt Plan 2, wir nehmen einen neuen Stall. Und zwar einen anderen Typ. Aber es ist auch Buschall. Das heißt, wir werden dann mal Kühe rüberfahren. Und wenn das wahrscheinlich immer nicht funktioniert, so wie es jetzt hier aussieht, Tiere halt nicht gesund werden und gesund bleiben, dass die Sauberkeit nicht funktioniert. Dann wären wir halt... Ja, weiß ich auch noch nicht genau. Im Grunde auswählen halt. Und das kann ja nicht sein, dass Tiere fast dort bleiben hier. Mal schauen, müsste eigentlich auch da vorne sein, in dem ersten Bereich. Das ganze Gelände hat sich etwas angehoben. Ungünstig. Aber ich habe ein bisschen angeklungen. Im späteren Verlauf haben wir noch ein bisschen mehr angleichen. Das wird definitiv mit sein. Das wird definitiv mit sein. Da bewegen sich die Kühe auch. Und ich stelle mal ganz fest, das Gras wächst nach. Als kleiner Nebeneffekt. Also im Grunde, wenn wir jetzt mal eine Wiese haben, eine größere, die müssen wir dann nicht nur einsehen. Ich werde da wohl auch Seelen brauchen, ne? Ich habe das Licht hier auch noch anstellen müssen, die Lampen, weil es war extrem dunkel. Aber Länge vorspulen wollte ich auch nicht, wegen Tiergesundheit. Ja, noch zweimal fahren. Jetzt haben wir später Frühling. Oh, das wird schon Sommer. Ja. 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 Und wieder stöder. Headpulse Tja, immer noch wieder Wasser fahren, wieder Votter fahren. Hauptsache werden wir ja nicht krank. Dann muss ich mal schauen, ob das irgendwo einen Mod gibt, der das verursachen könnte. Oder wir müssen einen Originalstall nehmen. Wegen Season-RD. Das könnte natürlich auch sein. Das ist noch nicht funktioniert mit Season zusammen. Da ist nur Spekulation. So, Stall wieder leer, aber voll Futter. Na gut, das Futter ist nicht zu viel. Das Wasser ist auch noch Wasser. Ja gut, Wasser ist nicht so ein Problem. Das ist nicht so ein Problem. Das ist nicht so ein Problem. So, kurz. Der Misthaub wird etwas kompliziert. Aber gut. Und die Richtung ist das hier. So, schauen wir mal. Geht sogar auf. Gut, richtig rein gehen wir nicht. Wo kriegen die nur Wasser her? Die sind wieder gesund. Und in Anführungszeichen. Aber sie haben nichts. Kein Wasser her. Ahoy. Schauen wir mal. Hinten. Links. Rechts. Hinten. Voranschiebe. Hinten. Links. Wollen wir links haben. Da. Wollen wir mal ein bisschen angleichen. So, gib mal Heu. So. Hm. Schon ein bisschen komisch. Wo kommt Wasser hin? Wieso hat er das so hoch geholt, da versteht mich. So, wir wollen schnell Mischvater holen, die Wiese fahren wollte ich gerade nicht. Aber gut, haben wir eine Ausnahme, dass der Stall dunkle ist, das ist immer neu. Es ist allgemein dunkel, die Lampen, wo es die gleichen Lampen sind, die da hinten auf waren. Ablagen können wir nichts, nichts drauf. Nein, heute nicht mehr. Mal sehen, wo das trock da ist, zum Wasser, den habe ich noch nicht gesehen, das ist aber von hier nicht ordentlich. Da sind die gleichen Lampen mit da hinten, trotzdem sind die dunkel. Ja, gut. Dann filmen wir noch aus, mit Futter. Das ist so wie ein Stahl, wenn sie sich da futtern. Und von innen machen, ein bisschen bessere Sicht. Das Gülle, das ist eigentlich logisch. Den stellen wir hier mal hin. So, da tut es jetzt leer, ne? So, gleich mal Wasser holen. Boah, so eine Kante. Gar nicht gesehen. Ich muss Licht anmachen, ne? Die Zeit rennt auch wieder davon. Also, einher geht immer. So. Löschen. Mal wieder kurz. Obwohl es da eigentlich mit den ganzen Hügeleien, Hügel ungünstig ist, aber gut, probieren mal, ob es da überhaupt Träger gibt für. Da vorne ist Milch, da ist Futter. Wollen wir mal hier schauen, wenn das Toch hier hinten ist, ist ungünstig. Hier ist Futter. Sollen wir hier reinfahren müssen? Die Lampe hätten weh. Gut, dann müssen wir die Lampe entfernen, die beiden. Nein. Garage. Wirklich. 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 Hier ist das Ding. So. So. Laufen wir mal. Ob der da so ein Wasser am Anschluss bekommen kann. Testen wir gleich. Wir fahren Wasser mal hin. Aber die Kühe büxt nicht aus. können wir dann kurz vergessen. Das braucht dann so nix. Wirklich. 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 So. . Leif, fulst wieder an das. Das haben wir uns gemacht, ne? Und so rum. Das geht auch nicht. Wasser haben wir nichts. Das geht auch nicht. Hilfe! Laufen durch. Da muss ich mal schauen. Das ist ein Schein. Ja die Kühe sind ja da. Ja also aktuell. Aufhören. Haben wir noch einen LKW Auflager mit? Eigentlich schon. Da gibt es mehr rein. Das soll es für heute gewesen sein. Tschüss und Winke Winke. Tschau tschau. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tschau.